Hallo, mein Name ist Christiane Stenger und das ist mein neues Buch Wer lernen will, muss fühlen. Wie unsere Sinne dem Gedächtnis helfen und falls ihr euch noch ganz genau erinnern könnt, wo ihr 2014 bei der Weltmeisterschaft war, als unsere Jungs Fußball-Weltmeister geworden sind, dann erfahrt ihr in dem Buch, warum wir uns daran so gut erinnern können. Wir erinnern uns nämlich vor allem an emotionale Ereignisse, die uns bewegt haben und wie wir Emotionen wie Freude dazu nutzen können, auch um uns leichter Dinge zu merken. Das erfahrt ihr alles in diesem Buch. Es gibt noch vieles mehr, wenn ihr wie ich Biologie ein bisschen zu früh abgewählt habt, dann erfahrt ihr, wie unsere Sinne funktionieren. Es gibt ein tolles Lesezeichen für unsere Sinne. Und dann gibt es noch zahlreiche Abbildungen, wie diese hier zum Beispiel. Und wenn ihr wissen wollt, was es mit diesen Elefanten auf sich hat und warum Einhörner Handcreme brauchen oder ob Avocados für Papageien tödlich sind, dann bekommt ihr die Antworten in diesem Buch. Wer lernen will, muss fühlen. Ganz viel Spaß beim Lesen. Das war's für heute. Ganz viel Spaß beim Lesen.